so heute hat im roulette genau also wir sind bei radio step stehen geblieben ist bestimmt schon jetzt zwei drei wochen her wo ich das letzte mal gespielt habe schauen wir mal ne was für den spaß ich erinnere mich so ist cool ja schon das zweite mal dass ich ihn habe 45 muss ich holen ja es ist memory das muss man sich merken lol ok da oben rein darf ich nur nicht verkacken wenn ich zu weit komme muss ich daran denken zu sterben sonst habe ich ein problem gott das darf nicht passieren weil jetzt möchte ich auch gar nichts damit passiert weil dann habe ich echt ein attempt weggeworfen natürlich geht es zu dumm hey warum bin ich gemutet worden warum ich autodeffen an kein affing vor wahrscheinlich aber nice das ging schnell und das wird mitgenommen actually mal ein gutes genau also quasi tragen wir jetzt 45 ein aber es ist es trotzdem ein neuer ziel das fühlt sich nicht an als würde man ganz schnell machen was kriegen wir ebony ebony was bist du was kannst du bitte sei gut was sagen die leute ja perfekt digga warte ist das ein two player level nee also jetzt geht es ja wohl los oder dann ist solo ja es ist ein two player level ach du willst dich doch verarschen das game will mich aber auch was ist das ich habe echt keinen bock mehr digga ich habe das schlechteste level von allen bekommen wirklich witzig hallo hallo nein ich muss echt echt solo spielen auch nein ich hinterfragen alle meine lebensentscheidungen ich für den rest des streams ist im level schneider 71 43 muss 46 ok es ist zwar schwer aber das kümmern ich muss bisher kommen digga ich muss bis fucking hier kommen ich mache das ouvert's roulette aber bieten das wird die ausnahmen ich Ich beat das auf KEINEN Fall, dieses Level. Oh, ich muss da noch nichts mehr machen. Ich hab's. Digga, man kann nicht reagieren, man muss warten, weil wenn du nicht wartest, dann bist du ein Mini-Wave. Könnt das Level nicht so sein, wie den ersten 5%? Ich verstehe ja, wenn Hard Team schwer ist, es muss ja auch nicht Pille einfach sein, das wär auch langweilig. Aber Digga, das ist ja einfach nur Scheiße. New Best. Ach ja, da moved ja das Bike runter, das wusste ich schon wieder nicht mehr. Ah, New Best, Alter, es geht voran. Oh. Oh. Okay, Gun First Try, bitte. Ja, 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 ich bin so gut. Immer wenn Level scheiße ist, flug ich einfach das Leben aus dem Level. Das waren ganz, ganz große Schmerzen. Ich hab jetzt 700 Attempts nur für 46 auf dem Level gebraucht. Wir können jetzt erstmal 46 eintragen, dann ein neues Level generieren. Und bitte gib einfach mal ein gutes, Digga, es gibt doch auch noch gute Dread-Bots. Das klingt schon wieder richtig kacke, man. Aber vielleicht ist es ja cool. Oh, es ist ein Epic Level, das spricht für sich. 47 muss ich darauf holen. Wir schauen's mal an. Können wir bitte normale Orbs haben? Oh, komm, jetzt komm ich zum geilen Schild des Songs. Okay, einfach nur, oh, da oben rein. Ich glaube, ganz ehrlich, das nehm ich fürs nächste Mal mit. Das ist nämlich leicht und das ist ein guter Einstieg. Dann hab ich nämlich Motivation, das nächste Mal das harte Monette weiter zu spielen. Im Im Am Am Am